So, jetzt willkommen zu einer warte ne Runde TTT Gestern war die Folge bei Jonny, davor bei Kutscher und morgen ist sie bei Sola. Wir rotieren durch. Bei jedem gibt's eine unabhängige Folge und zwar nicht nur eine Runde, sondern immer gleich fünf Runden. Das hört sich ja fantastisch an, das guck ich mir sofort an. Ja, das heißt, alles auch in der Beschreibung verlinkt und hier gibt's auch noch ne Infocard. Bin runtergefallen. Scheiße. Ich fall immer noch. Ja, dann bist du gleich ripp. Hier ist ein Buch. He's the path. Ja, tschüss. Oh, what the fuck ist hier passiert? Oh mein... Wow. Was war das denn für ne Runde? Ey, die Taube ist hier komplett broken ey. Oh Mann ey. Ich hab mich einfach selber mit so nem magischem Buchband gekillt. Lol, wie das aussieht. Die Map ist halt insane groß. Das ist der Wahnsinn. Wenn du das von oben siehst, das ist ein Map für 20 Leute. Ja, aber von oben ist glaube ich jede Map. Nee, aber das ist halt wirklich outstanding. Aber ich hab eben auf einen Blick direkt drei gesehen oder zwei. Ja, so groß ist die wirklich nicht. Also wir hatten größere, finde ich. Wir haben halt... Die ist halt offen so. Ja, genau. Die ist halt geschlossen mit 1000 Räumen. Ey, wichtige Frage, spielen wir mit AWP Silenced? Nein. Nicht? Was ist denn das? Auf der Map. Auf der Map. Ja, ne. Auf der Map ist es close. Dann snipe man ja einfach nur noch weg. Ich falle! Alter, hier ist die Schwerkraft richtig krass. Ich kann nicht jammeln. What the fuck? Ich bin als wäre ich auf dem Mond. Hey, stößt du jetzt oder was? Ich hab ihn genommen, Alter. Ich komm hier nicht raus mehr. LSD, Joga. Not even once. Ich komm hier nicht mehr raus. Was mach ich denn jetzt? Ich hab noch nicht eine Waffe gefunden. Okay, ist ja echt groß, ey. Scheiße. Ich schwebe. Ich bin tot, leider. Das war schön mit euch. Achso, ich... Gute Map. Das ist einfach nur so ein kleiner Glaskasten, wo nichts passieren kann. Wo man nicht runterfallen kann, sich nicht töten kann. Einfach nur gegen sich abballern. Das wäre unsere Map. Ich hab einen Hidden Gang gefunden, Alter. Hidden Gang? Jo. Der Map ist auf jeden Fall das Radar der beste von... Oh mein... Was bin ich denn? Alter, wie alle nur Fluchen, ey. Was ist denn los? Ich hab noch nicht eine Scheißwaffe, Alter. Ich hab noch nicht eine Scheißwaffe, Alter. Und wo? Kutscherst du? Nein, nein, nein. Oh Gott, ich bin fast runter, Alter. Hier ist echt Leben an Limit, ey. Auf der Map, ey. Das müsst ihr auf RTL kommen. Oh, wie die Scheißwaffe hier. Wir müssen jetzt nicht für dich aufnehmen, Max, oder? Oh, nein. Oh, okay. Auf mich wird geschossen. War nur Ablenkung. Oh. Okay, was? Ich hab nicht mal eine Waffe, Alter. Was ist denn hier schon wieder los, ey? Wo seid ihr alle? Ich hab halt jetzt echt noch nicht einen gesehen, ey. Ah, ich hab ihn gesehen. Ja, ja, ich hab so einen komischen Sound gehört. Den hab ich noch nie vorher gehört. Also, irgendwer hat eine neue Trailerwaffe. Ich lauf hier so ein bisschen grad rum. Gott, schon wieder! Schon wieder! Als ob hier jemand Blastweile schießt, oder so, ey. Der pustet richtig in den Rohr. Alter, ich komm die scheiß Treppe nicht hoch. Ey, jetzt. Mach noch einen ruhigen, Junge. Ich hab sogar eine Scout, Alter. Ich komm mit diesen Minecraft-Treppen nicht klar hier, Alter. Meinen sind zu heiß, Geld. Ja, ich hab mit seinem Minecraft. Alter, halt das Maul. Jo. Alter! Oh mein Gott! Johnny hatte die Traitor-Armbrust. Ich glaub, er ist RIP. Johnny, bist du tot? Mach keinen Scheiß, Johnny. Oh, ich bin runtergefallen. Ey, Johnny muss tot sein. Das kann er nicht überlegen. Kucha ist auch Traitor. Warum ich? Wieso war der nicht instant tot auch? Alter, ich hab ihn komplett von der Brüstung geballert. Hä? Max, du hast gesagt, Johnny ist Traitor, oder? Ja, Johnny hatte so eine Traitor-Armbrust. Okay, weil... Aber ich hab ihn getötet. Oder, Johnny? Kucha hat grad gesagt, irgendwas in der Richtung, du kannst das nicht machen. Oder tu es das nicht an, oder so. Ich hab gesagt, mach keinen Scheiß. Ja, siehste, siehste. Ja, weil er sich nicht selbst umbringen soll. Ja, weil er in deinem Team ist. Ey, what the fuck? Jaaaa. Das ist so komisch. Oh, ich hab grad irgendeinen Schalter umgelegt. So, warte. Oh Gott, ich komm von der Leiter nicht weg! Hä? Also legit. Ich kann nicht mal abspringen, jetzt. Mein Gott, ey. Scheiß Minecraft. Minecraft. Hä, wo liegt der denn, die Sau, ey? Ey, die Map ist echt viel zu viel. Willst du eine Leiche finden? Oh, ich hab geschossen, sorry. Wir sehen uns aber morgen früh. Morgen früh. Lecker Biskuit essen. Morgen früh. Morgen früh. Roggenbrot. Roggenbrot. Lecker Schlecker. Ist denn Kevin noch da? Ich hab keine Ahnung, wie er auch noch lebt. Der redet gerade schon immer mit seinen Immigrantenfamilien. Was? Dein Ernst? What the fuck? Alle in den Kommentaren, schön Solaflame, ey. Ja. Hä, dahin kann man auch hin? Ich sehe dich, Kutscher. Kutscher war's. Max, lebst du noch? Max? Nöö. Was? Er ist unsichtbar! Aber eine Minute... Oh, und er hat einen Radar. Das Piepen ist mein TS, dass ich gemutet bin. Oh Gott, der weiß so, wo er ist. Und er hat keine Ahnung. Aber da gibt es glaube ich keine Tür, der hat keinen Plan, wo es reingeht. Die sagen aber gar nichts mehr. Geht's denn da runter? Die sind so nah aneinander. Oh mein Gott. Da hätte er einfach nur... Jo, jetzt knallt. Jetzt knallt es. Boah, nice. Gott, Alter. Was ist das denn? Das ist der Meld-Launcher. Alter, Max. Ja? Ich habe die Szene aufgenommen. Ich tweete dann gleich raus. Nee, erst mal in die Folge. Aber ich mache jetzt... Ich würde damit einfach komplett... Oder vor morgen vielleicht. Also ich dachte, ich kündige damit heute einfach an, dass ab morgen TTT-Content... Auf allen Kanälen. Ja. Ach so, heute mit Spanner im Ferne meinst du. Jo. Ja, 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 das kannst du machen. Alter Schwede, ich sage dir, ne? Alter, vor allem, ich habe noch ein bisschen gewartet. So, ich stehe so hinter dir. Na, was macht er? Dann sehe ich die Abos. Boom. Ich habe vor allem so fünf Sekunden... Vorher habe ich so aufgenommen, weil ich so witzig fand, dich von oben abzuschießen, während du wie so eine Ameise durch die Gegend läufst. Und in dem Moment, wo ich aufnehme, man sieht so, mein Grinsen so, dann höre ich sowas. Mein Gesichtsdruck verändert sich so ein bisschen. Ich drehe mich um. Und in der Sekunde, wo ich dich sehe, fliege ich schon von einem Millionen Stock runter, Alter. Weil ich wusste gar nicht bei einer Shotgun, dass man halt... Rückstoß hat da, ne? Ich bin richtig weggebüllert worden. Das war echt krass. Ist das gerade wer gestorben? Nein, ich habe Fall Damage bekommen. Ich habe immer noch keine Waffe. Nein! 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 Irgendwer wird da verfolgt. Ich glaube, Hand of Blood ist tot. Sola sehe ich. Ich sehe Sola. Ich habe immer noch keine Waffe. Da hinten ist, äh, wer ist das? Kutschnüffler? Sola ist hinter dir. Wo bist du denn? Da unten, da war der. On the Hunt. Darum ist Kevin. Poppert die of the Tordarian Empire. Spreading, Deforestation since 2010. Aha. Aha. Oh, ich glaube. Interessant. Oh, ich habe ein Smok gefunden. Geil. Der Johnny ist schon wieder auf seinen Korn. Beste die Jogal fallen, Alter. Ich. Who the fuck? Who the fuck is Alice? Kutscher bei mir. Kevin, bei mir? Alter. Leid hat es dich der Endgene in diesem Game. Oh, das Baby. Oder? Wer ist denn da oben? Kevin? Ja. Was hast du da in der Hand? Das ist so offensichtlich. Kevin, mach was. Mhm. Scheiß Traitor. Kevin ist es. Kevin ist es. Was? Sie haben nur den Shotgun gezeigt. Konfirm. Ich habe sich mal fest. Niemals. Du hast gerade was anderes in der Hand, auf jeden Fall. Wat? Nice lie. Nice lie. Nice lie. Nice lie. Ich komme noch zu mir. Oh mein Gott. Was ist das? Da knall Kevin. Irgendwas schießt. Irgendwas schießt. Johnny, von oben auf den Turballer. Scheiße. Wie er da hochguckt. Mit der Taube, Alter. Was hat denn jetzt alle Hass gegen mich? Also ich weiß nicht, wo irgendjemand ist, to be honest. Johnny ist da oben auf dem Turm? Tschüss. Sorry, ich dachte, Sona hat gesagt, du bist Traitor. Ja. Wow. Du hast, warum hast du denn gelogen? Was hattest du denn in der Hand? Scheiße. Ich hatte eine Shotgun in der Hand. Ja, siehst du, dann hast du gelogen. Wieso? Weil du safe keine Shotgun in der Hand hattest. Wie kommst du darauf? Aber was hast du denn gesehen? Weil ich es gesehen habe. Ja, was denn? Du hast irgendwas nach hinten gehalten. Entweder eine Granate, aber das hättest du gesagt. Also war es wahrscheinlich ein Kind oder so. Kind. Beziehungsweise eine Pitsche oder so. Oh, er hätte gesehen. Gegeben. Da muss sich jeder seine eigene Meinung geben. Wir sind der hier in demokratische Terrorveranstaltung. Ein Kind hat er geheilt. Das war die Taube. Oh, jetzt bin ich der Letzte oder was? Das hebt ja auch nicht mehr. Der ist hier bei Mikuchi. Ich sehe ihn, ich kann von dir raufhalten. Er ist runtergefallen. Oh, Mann, ey. Er hat hier nur nach oben geguckt, ey. Da hat er Panik bekommen, wenn die Schüsse kamen. Tanz, mein Junge, tanz. Jetzt kann ich die Taube nicht spielen lassen. Ich habe Johnny einfach komplett mit mir in Launcher Face gegeben. Das hatte ich leider nicht drauf. Ich habe dir vertraut. Ich habe den abgebördert. Ich wollte nur nicht, dass Kevin hochkam. Da habe ich so ein Blabla, tut mir leid gesagt. Ich sporte einfach unter der Map und falle. Mit Tod. My life in the last shit. Alter, ich hänge wieder an der Treppe. Ich habe ein Connection Problem. Ihr auch? Ja, bei mir lagts gerade unter. Okay, jetzt geht es wieder, oder? Lack an euren Brains. Hä? Jetzt wieder? Oh, ich bin auch unterfallen jetzt. Ich bin auch auf der Zeit. Du darfst eure Fantasien ausleben. Wer killt by the world? Treppe. Ich habe mich fast selber getötet mit dem Melaner Launcher, ey. Ich bin jetzt schon mal nicht. Ich auch nicht. Gut, das heißt, es ist Max, Sola oder so? Ja, cool. Wenn das Spiel nur immer so einfach wäre, hätten wir es geklärt. Oh, ich habe schon wieder 65 Leben nur noch. Machst du schon wieder. Da ist irgendwer? Wer ist das? Ah, Hallöchen. Wer ist das? Was? Kutcher? Ich glaube, das war ein bisschen gefakt. Bei mir hat gerade einer geschossen. Irgendwer hat es geschossen, sorry. Oh mein Gott. Das war ein bisschen gefakt. Das war zu perfekt quasi, könnte man sagen. Das war eher auf... Das instant stirbt und alles. Oh, da schießt jemand auf mich. Da ist gerade irgendjemand richtig heftig weggepöllert worden. Kevin? Ich glaube, es war Kevin. Lass mich kurz die Leiche checken. Ich kann sie doch nicht checken. Ist auf der anderen Seite. Ist unerreichbar. Warte. Ich gebe mein Bestes. Wenn ich dabei draufgehe. So, hier ist Kevin. Confirm. Okay, wir sind innocent. Aber ich weiß nicht, wie... Max? Okay, also bist du es, Johnny. Okay. Was, 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 was? Ja, du bist der Einzige, der noch lebt und ich bin innocent. Nein, wir sind nicht die Einzigen, die leben. Max redet nur nicht mehr. Bist du sicher? Ja, das war doch der übelst gefakte. Weißt du, was bei dir geht? Aber ich glaube nicht, dass... Oh mein Gott. Ich bin grad schmerzlich. Ich bin grad schmerzlich. Ich bin grad schmerzlich aufgefallen. Diese Map, Max. Ich will hier raus. Macht dann ein bisschen fertig, ne? Ein bisschen ist gut. Max ist auch jemand, der... Nicht genug Ehre hat und wir auch... Moment mal. Wie sie alles schreiben. So, oder? Ja. Ähm... Sag mal... Ich sehe ja niemanden mehr. Sag mal, nur so aus Interesse. Ja. Wie geht's eigentlich deinen Eltern? Mein... Was? Versuch, die Konversation zu führen. Fantastisch. Und meinst du, was dieser Situation auch das Beste zählt? Hä, ich bin durch ein Feld gefallen. Habt ihr ja gesehen, da war ein Feld. Was ist denn der sicherste Spot in dieser Map, Mann? Ich bin irgendwo ganz oben. Gibt es denn irgendwo einen Turm? Hä, ich bin einfach über ein Feld gerannt. Da war Wiese. Und aber nicht der Torwart. So, da... Ja. Also, Jodie, ich glaub dir einfach mal, aber ich würde dir trotzdem nicht zu nahe kommen, okay? Wenn ich dich sehen würde, würde ich dich auch wegmachen. Also... Okay, das... Danke, danke dafür. Aber kann ich ja nur verstehen. Nur, damit wir uns hier klar sind, ne? Also... Das ist natürlich... Verständlich. Ich bewege mich quasi nicht vom Fleck. Und wenn du zu meinem Fleck kommst, dann hat das hier nur einen Grund. What the fuck? Was war das? Ich habe Angst. So, ne? Ja. Ich hab's auch gerade gehört. Was war das? Ich weiß nicht, von wo es geschossen hat. Junge. Mikrofon activated. Mikrofon muted. Ey, er hätte einfach stehen bleiben. Johnny wäre doch da wieder hingekommen. Der will doch... Genau... Oh my God. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Genau da bin ich auch durchgefallen. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich bin durch ein Feld gefallen. Warte mal, warte mal. Und du gerade auch. What the fuck? Ja, die sind einfach fehlerhafte Felder oder so. Ich bin einfach durchgefallen. Ja, ich auch. Wie bist du hinter mich gekommen? Das war richtig random. Ich versuche, dich seit drei Minuten zu finden, Johnny. Seitdem wir die Konversation führen. Ich habe die ganze Zeit versucht, mit dir zu reden, damit ich höre, wenn du angestrengt bist, weil du dann wahrscheinlich über diesen Grasweg kommst, über den ich bin. Ah, also warst du auch überzeugt, dass ich heute bin? Ja, ja. Also der Blub ist nicht aufgegangen. Aber es war ganz gut. Diese Dumme. Ey, hat irgendwer bei mir diese Truhe gesehen, die ich geöffnet habe? Nee. Ich habe eine Truhe aufgemacht, da war was drin, was ich allerdings mit dem Magneto-Stick nicht rausnehmen konnte. Und der ganze Weg war umsonst. Ich dachte, da wäre voll die krasse Waffe oder so. Aber war wohl nicht so. Du bist nicht würdig. Aber wie bist du da hingekommen? Ich habe nicht gesehen, wo dein Eingang ist. Unten gibt es so... Was ist das hier? Ich gucke die ganze Zeit, ob du im Traitor-Shop bist. Das ist ein bisschen an die alten C-Schoolers hier. Ich gucke die ganze Zeit nur nach oben. Ich komme nicht von dieser Treppe weg. Ja, ich auch nicht. Du hast mich letzte Runde beobachtet, oder? Wie ich da nicht weggekommen bin. Ich höre nur so das Kichern. Weil du die ganze Zeit am Abspann bist. Richtig traurig. Also ich glaube, Kutscher war einfach nur AFK, aber er stand eine richtig lange Zeit einfach nur rum. Kevin ist tot. Kevin ist tot? Er ist hier irgendwo runtergefallen. Ich sehe, wir waren eine große Höhe und dann aber immer eine Leiche. Ey, die Map ist... Ich finde die Map ziemlich geil. Hä? Kann gar nicht sein. Warte, ich kann schießen. Also nicht auf die... Oh, wow. Das wäre echt bloß gemacht. Okay. Wer ist das da? Ich sehe Johnny. Okay, er gibt einfach zero fucks und rennt einfach weg. Was du... Oh, ich habe was gehört. Irgendwas ist hier... Ich habe einen Melan-Launcher gehört. Melan-Launcher ist immer ein Indiz auf Kutscher, to be honest. Alter, ich habe seit Jahren keinen Melan-Launcher mehr benutzt. Oh, erst letzte Runde oder vorletzte, was das war. Du hast mich doch weggemacht mit dem Melan-Launcher, Junge. Ich? Dich? Jo. So ein Quatsch. So ein Quassel-Quatsch. Ne, ich bin es wirklich nicht. Okay. Oh, hier liegt eine Shotgun. Ich habe manchmal eine Waffe geil. Leben denn noch alle? Also ich lebe noch. Aber Kevin ist anscheinend tot gewesen. Kevin ist gesprungen. Sola? Johnny? Du hast wahrscheinlich durch diese Explosion dann verreckt. Johnny? Hä? Johnny? Bist du es oder was, Max? Nee. Aber ich höre... Was war das? Ich wurde gerade genockbacked oder so. Also entweder stellen sie sich tot oder du bist Kutscher. Ich bleib einfach mal safe. Alter! Wer hat auf mich geschossen? Max, Alter! Max, ist es! Max, ist es! Yeah, du bist der letzte, Junge! Hör doch mal! Vielleicht tun die nur so oder sowas. Chill doch mal! Ja, 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 ja. Ich muss ja eh zu dir hinkommen in den Turm. Weil du auf dem Turm bist. Ja, dann seh ich ja. Du bist auf dem Turm. Nur um das nochmal zu langzustellen, du bist auf dem Turm, richtig? Ja! Okay. Hä? Guck mal, jetzt schießt du auch auf mich. Wo ist das? Ja, weil du auf mich schießt! Ja, du kannst einfach weggehen! Ja, du kannst einfach aufhören auf mich zu schießen! Nö! Mit der Schrot? Treff ich dich? Ja. Wie kannst du mich hier oben mit der Schrot treffen, Alter? Die Schrot ist broken. Ja. Hä? Oh, da ist noch einer! Der hat sich selbst umgebracht mit dem Mellenort! Was? Nein, Mann! Alter, was seid ihr für Lappen gebrochen, Alter! Rat mal, warum ich die ganze Zeit wiederhole, dass du auf dem Turm bist. Alter! Seid ihr Kacke? Oh, Mann! Ja! Seid ihr schlecht, Alter! Der schießt gegen den Baum! Ich hab die Taube zu den hochgeworfen, aber gegen den Baum, da habt ihr den so von in die Fresse gehört. Ich seh ihn so da in der Baumwärm vorkommen, ich so hör das, der Zweite auf einmal explodiert vor ihm und er kippt um. Und ich hör nur so, aaaaaaah! Alter! Oh Mann, das war so clean dafür, Alter! Max hat keine Ahnung, dass ich noch lebe! War die Zona schön mit dem Mellenlaunch weggeschossen. Mhm. Hoppa. Ja, ich hab schon ein, zwei Male hinter mir geguckt, ob er hochkommt, aber... Ansonsten hättest du mich... Also wärst du einfach hochgekommen, während ich mich mit Kutscher duelliert, hättest du mich einfach wegmachen können. Aber du bist schon so an der Ecke, ich hätte dich einfach so easy mit dem... Ich weiß nicht, ob die Taube dagegen prallt, weil die hat auch immer so ne komische Flugbahn. Ja, aber ich wollte zumindest den... den coolen Keen probieren. Boah, wieder, Inno! Hinter dir, hinter dir Kevin, hinter dir Kevin, vorsicht! What? Was ist hinter mir? Da ist irgendjemand, ich hab dich grad hochlaufen sehen und den Kunststift lassen. Achso, ja, ich bin der... aber ich hab nicht mal ne Waffe. Ich hab nicht mal gewusst, dass Kevin vor mir ist. Da hab ich so ne Panik, Alter! Ich wollte nur auf Nummer sicher gehen, wollte dich nur bestützen, Kevin. Einfach nur ein richtiger Ehrenmann, der ist, oder? Mal klar. Ich sag, es sind Kevin und Kutscher. Okay. What the fuck? Alles klar rumgeguckt! Ich war eine Behauptung! Johnny is it! Alter, ey, was geht mir da? Ah, ich glaube es ist Hand of Blood, weil er wieder was Falsches gekauft hat. Was der Cheap und Bad Code bekommen hat. Nein, ich hänge fest! Irgendwer ist runtergefolgt. Ja, ich wär sonst. Wie komm ich jetzt hier wieder weg, Alter? Muss Traitor-Menü aufmachen. Alter, halt dein Maul! Kutscher und ich sind echt so... Ja, warum ist man mit Fadenkreuz? Hat ne andere Farbe. Vielleicht weil du Traitor bist. Das ist nämlich tatsächlich ein Grund. Bei Innos ist es glaube ich... AHHHHH! Was ist das denn, Kevin? Warum haust du mich? Warum haust du mich? Warum haust du mich? Ich hab Angst, ich bin bei Kevin, wenn ich sterbe ist, Kevin. Alter, wieso haust du mich? Ja, weil ich Angst hab, hier kommt auch immer wieder Schrot hoch. Und ich bin eh gleich tot. Ich verbiere mich doch nicht, Alter. Ich will hier runter, es geht nicht. Ah, jetzt. Alter, we... Aua, ab! Ich... Ich will nicht sterben. OHHHHH! Ich kusch dich, der... Ich komm hier nicht runter, ohne Flachs jetzt. Warte, ich probier mal. Ne, ich komm auch nicht runter. Scheiße! Ich komm hier nicht runter. Welche Farbe hat dein Fadenkreuz, Kevin? Grün. Okay, dann bist du... Ich auch. Oh Gott! Hier oben sind ja zwei! Warte, 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 lebt ihr beide noch? Ach, Kevin, wir sind beide oben. Wir sind beide oben. Ja. Oh, Kutscher, ich will dir keine Angst machen, aber ich glaube immer noch, dass Kevin böse ist. Fuck. Mann. Ich glaube es ist ein Kevin oder der Kürbis. Ich glaube es ist ein Kevin oder der Kürbis. Ich habe es geschafft runter zu kommen. Kevin, nehm die Baseballschläger. Ich schieße, ich hätte einfach ne Baseballschläger. Ich hätte einfach ne Baseballschläger. Ich hätte so einen Kürbis kaputt machen können. Oh Mann! Oh, er hat noch so viel Vorsicht, ey, in anderthalb Minuten. Die Map ist dafür viel zu groß. Donny, Donny, Donny! Was? Was? Wo? Warum sagst du meinen Namen? Kevin, das ist nevermind, Kevin, das ist sorry. Kevin, Kevin, Kevin. Ah! Ah! Nee! Ah! Ah! Ich hasse dich, Kevin, ey. Ich habe es nie gesagt. Alter, Kevin, richtig clean, ey. Oh Mann, ey. Ich hatte dieses Katana und dann bin ich so weggebacken und ich konnte überhaupt nichts mehr benutzen. Ich habe manchmal von der Brechstange weggeklopfen. Das macht viel Schaden, ey. 20 Schaden machen. Also kauft nicht das Katana. Kauft nie das Katana. Weil es ist nicht nur so, dass es dann umsonst war, sondern man ist einfach weggebackt. Man kann überhaupt nichts mehr machen. Das ist Johnny! 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 Ich habe jemanden gesehen, aber ich bin halt eigentlich davon ausgegangen, dass es Johnny ist. Johnny steht da hinten so, hä 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 hä. Ich bin nicht so drauf, weil kommt die Taube mitgegen. Ripp. Die Taube in die Presse, ey. Riptus, Raptus. Reksiol. Ich habe immer Angst, wenn ich hier über diese Langbrücken gehe, ne. Man hat das Gefühl, man gibt sich selbst immer was bei. Oh, ich habe jemanden gesehen. Wer war da? Auf den Bäumen? Ich bin auf den Bäumen. Ich bin auf Bäumen. Mein Name ist Tarzan. Oh Leute, hier ist eine Tür. Oh Leute! Hey, wie kommt ihr am Ende der Treppe zum Stehen? Oh Leute! Hallöchen, kurz Schnüffler LP, wie geht das denn? Wenn ich die Treppe hochgehe, ganz am Ende bugge ich immer. Hm, das ist richtig so. Ja. Gibt's übelste Geräuschkulisse. Ja, ja. Man backt ein bisschen, an der einen Treppe backt man übel fest. Keine Ahnung wieso. Aua. Sola schießt auf mich! Ah, Hilfe! Es ist guter. Sola schießt auf mich! Was? Dreckiges Stück Scheiße. Alter, Sola schießt einfach auf mich! Hä? Okay. Wir haben eine Aussage gegen Aussage. Weggespreaded, Alter. Alter, Jungs, ich häng fest. Jawohl. Gutschade. Habe ich einfach mal mit der Negev gegen die Shotgun gewonnen. Wtf, ich komm nicht raus. Ich verstecke mich mal in den Rest der Runde, ne? Kein Bock mehr. Okay. Ahhhh! Irgendwer ist mir gefallen. Ich hab Beine brechen hören. Ich hab einen Bugspot gefunden. Hört ihr mich? Hört ihr mich? Ich kann mich einfach nicht bewegen. Wtf. Okay, ich probier's nochmal. Jungs, ich häng fest. Kevin, hast Katana gekocht? Kevin, hast du eine blaue Scout? Ja. Ahhhh! Ich seh dich durch die Map. Ich hab einen Bug gefunden. Fuck? Ich seh dich. Ich bin komplett... Ich tu mir leid, Leute. Ich tu mir leid. Ich seh dich immer noch. Ey, Jungs, ich kann mich halt ziemlich nicht sehen. Da ist mir egal. Nice abuse. Kannst du mich im Auge behalten? Achtung, Jungs, ich schieß mal ein bisschen. Vielleicht... Kannst du mich irgendwie befreien. So, ich seh dich wieder. Hör dich nicht mal schießen, Alter. Wo bist du denn? Oh, Leute, jetzt geht's. What the fuck? Ich fahre einfach 30 Sekunden lang... Solaniert. Oh, lol. Wer war das? Max? Er ist Kutscha. Ui. Kutscha Rage Grid. Da hinten läuft die Mach. Da hinten ist... Wer ist das? Ich seh den Namen nicht. Johnny. Ich. Wo ist Max? Max lebt's noch? Johnny Strater. Er ist irgendwo hier runtergefallen. Dem ja, aber ich seh ihn nicht. Der ist Sola Camter. Der lebt wahrscheinlich Max nicht mehr. Und Kevin hätte gerade Johnny weggemacht. Ich kann mich halt nicht auf dieser Kasse hier. Aber... Aber... Wann soll er denn gestorben sein? Ich sterbe halt von allem. Ah, hier, hier. Okay. Okay, okay. Ich seh das Blut von ihm, wo er runtergefallen ist. Ich seh das Blut. Der ist hier auf... Er könnte auf diesem Atom da, wo das Kreuz ist. Johnny ist halt... Er sucht auch. Ich werde einfach hier an meinem Spot campen. Und wenn er mit Radar mich holt, dann holt er mich. Ich versuch dir so lange noch Info zu geben. Ich hab halt nur 5 HP. Also es... Ja. Ich weiß halt nicht, wo Max genau ist. Ich weiß, wo Johnny Zürcher ist. Wenn Kevin mich einfach so sieht, dann hol ich Schiss. Ja, aber du wärst ja schon tot. Was hast du denn für eine Waffe? Entschuldigung. Eine Scout. Ah, gut. Okay, ich seh Johnny, ich seh Johnny, ich seh Johnny. What? Wie siehst du mich denn? Hahaha. Wie ist das denn? Er ist in einem Haus unten. Wo siehst du mich denn? Kutschenblatt timed out. A traitor has left... Sag mal, he was already dead. Also da, wo der Wasserfall ist. Also noch einen Traitor. Also Johnny oder Max. Oder ich. Theoretisch für dich. Max lebt auch noch. Ich glaub, Max lebt auch noch. Ich bin mir nicht sicher. Da lag mal in der Leiche. Kutschen. Also wenn ich gleich sterbe, ist es Johnny. Johnny ist nicht mehr in meinem Sichtfeld und in meine Richtung gelaufen. Hä? Aber der hat er nicht gesehen. Ja, ne, wie gesagt, der hat wahrscheinlich Radar. Ich camp jetzt hier einfach, weil ich hab ihn nur noch überraschiert. Wer visiert denn in dem Spiel an? Kommt man in dem Spiel? Wird das überhaupt was? Ach ne, hier ist Max. Oh lol. Das ist eine Leiche. Ich seh sie. Es ist Johnny. Es ist Johnny. Sola. Es ist Johnny. Ich spot ihn für dich. Warte. Ja, hier ist Max. Hier ist Max. Oh lol. Der hab ich gar nicht gesehen, der. Riecht hier blind Fisch, Alter. Ich glaub, das wird mir zu heikel. Wo hast du ihn gesehen? Wo war der denn? In der Fall? In Richtung? Der war bei dem Wasserfall. Wasserfall? Der, hm, hat der Red Bull oder so. Aber ist er nicht mehr. Bei der Fontaine? Nee. Ist bei mir, ist bei mir, ist bei mir. Ich seh ihn. Ich weiß nicht, wo du bist, von daher. Ich seh ihn. Ja, warte. Guck nach links. Guck hinter dir, hinter dir. Oh, ich seh ihn. Genau da, ja, ja, ja. Ich kann dir leider nicht helfen. Ich kann dir nur Moral und Unterstützung geben. Ich sag dir, wo er langläuft, okay? Er ist tot. Ja, das war die weitere Runde TTT. Morgen geht's weiter bei Sola. Alle Links in der Beschreibung. Schau dir bei einer vorbei. Wir sehen uns. Tschüss. Ich bin jetzt aber ausgerastet, weil ich so ausgerastet bin und auf dem Reset-Klopf gekommen bin. Wow. Oh. Was? Was? ική